Warum Christian Dissinger zum absoluten Pechvogel im Handball werden kann? Und warum ein Telefonat zwischen Silvio Heinevetter und Bob Hanning ausreicht, um einen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit beizulegen? Das und mehr jetzt bei Handballpuls. Daniel Fonten vom Bergischen AC verletzt sich im Heimspiel gegen die MT Mesung schwer. Die Diagnose laut für den Halblingen Achillseenriss und mehrere Monate Pause. Die Saison ist für den Saarländer damit beendet. Für die Bergischen Löwen ein herber Schlag, vor allem nach dem Sieg gegen die MT Mesung. Der BRC ist nun nur noch einen Punkt vom Platz 5 entfernt. Platz 5 würde dem BRC die Qualifikation zur Europapokal ermöglichen. Wir wünschen Daniel Fonten gute Besserung. Silvio Heinevetter und Bob Hanning lieferten sich nach der Bekanntgabe des Wechsels von Heinevetter zur MT Mesung einen öffentlichen Schlagabtausch. Wir berichten in unserem letzten Video die Geschehnisse zwischen Heinevetter und Bob Hanning, bei dem sich auch die Lebensgefährtin und Schauspielerin Simone Tomala einschaltete. Nun berichtete Silvio Heinevetter nach der Niederlage gegen den THW Kiel, dass er Bob Hanning anrief, bevor die Bildzeilen die Schlagzeile veröffentlichte, dass Bob Hanning im Nachhinein andere Dinge behaupte und dass er, also Silvio Heinevetter, kein weiteres Öl mehr reingießen möchte. Damit sei nach Heinevetter die Bogen zwischen ihm und Hanning geknettet gewesen. Warum man aber erst den Schlagabtausch in der Öffentlichkeit suchte und dabei auch nicht wirklich zimperlich miteinander umgegangen ist, bleibt fraglich. Mit Berücksichtigung, dass der öffentliche Zwist eher der Außendarstellung der Füchse Berlin schallte, muss man die Aktion eher in die Kategorie Unnötig reinstecken. Bleibt also spannend, ob es ein weiteres Kapitel zu diesem Thema geben wird. Dem mazedonischen Topklub Wada Skopje droht der größte Geldgeber abzuspringen. Falls der russische Unternehmer Sergej Samsonenko abspringen würde, würden nach eigenen Angaben mehr als 90% des Etats fehlen. Die Folge wäre, dass Wada einen Ausverkauf ihrer Topspieler beklagen müsste. Wada Skopje, die noch 2017 die Champions League für sich gewann, wären das nächste Handballprojekt, was auf unrühmliche Art und Weise zu Ende gehen würde. Vor einigen Jahren erst verschwand der zweite Topklub aus Skopje, nämlich Metalurg Skopje. Schade wäre es für die begeisterungsfähigen Fans in Mazedonien. Auch ein deutscher Spieler ist von der Insolvenz von Wada Skopje betroffen. Christian Dissinger, der im Winter von THW Kiel zu Wada Skopje wechselte, ist ebenfalls ein Leitrangner von dieser Entwicklung. Christian Dissinger gehört wohl zu einem der Sportler, die dem Pech hinterher rennt. Nicht nur, dass Dissinger immer wieder von Verletzungen heimgesucht wird. Nein, er wechselt auch immer wieder zu den vermeintlichen Topklubs, die kurz vor der Insolvenz stehen. So wechselte Dissinger im Jahr 2013 zum damaligen großen Atletico Madrid, vormal Ciudad Real, mit Größen wie Trainer Talan Duschebaev oder wie auch Spieler wie Ivano Balic. Nun wechselte Christian Dissinger im Winter zum Topklub nach Mazedonien und das gleiche Szenario steht ihm wieder bevor. Bleibt abzuwarten, ob Wada Skopje weitere Sponsoren gewinnen kann und ob der derzeitige Geldgeber Sergej Samsonenko ernsthaft die Geldströme schließt. Mike Machula verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2023 und möchte mit den Flensburgern eine Ära prägen. Machula setzt dieses Vorhaben direkt in die Tat um und gewann das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen und ist auf dem besten Weg, die zweite deutsche Meisterschaft einzuheimsen. Es wäre die direkte Titelverteidigung. Aufgrund der Altersstruktur des Kaders und die immer wieder gut eingekauften Spielern lassen erahnen, dass die Flensburger weiterhin in den nächsten Jahren ganz oben mitspielen werden. Der VfL Gummersbach erhält die Lizenz für die neue Spielzeit 2019-2020 nur unter Nachreichung weiterer Unterlagen. Die HBL stellt wichtige Bedingungen, die der VfL Gummersbach bis zum 3.5.2019 erfüllen muss, damit man auch in der kommenden Saison in der stärksten Liga der Welt mitspielen darf. Schindler, der sportliche Leiter des VfL, gibt sich optimistisch, dass diese Bedingungen ohne Probleme nachgereicht werden und der VfL Gummersbach die Lizenz erhält. Die Gerüchte um den VfL Gummersbach reißen dennoch nicht ab. Immer wieder kursieren die Gerüchte, dass der VfL Geldnot hat. Vor allem bereiten die Altlasten aus früheren Tagen den Traditionsvereinen aus dem Bergischen Land Probleme. Bleibt abzuwarten, wie die Verantwortlichen des VfL mit dieser Herausforderung umgehen werden. Eine kleine Anmerkung am Rande. Am kommenden Mittwoch kommt es zum Showdown in der Champions League zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Telekom-Weschbrem. Ein Wiedersehen wird es hier mit Kentin Mahé geben. Genauso brisant ist die Situation für Rasmus Lauge. Denn Lauge wird in der kommenden Saison für Telekom-Weschbrem auflaufen. Als letzte deutsche Mannschaft ruhen die Hoffnungen bei der SG Flensburg-Handewitt, sodass eine Mannschaft aus der DGB-Handball-Bundesliga hoffentlich in Köln vertreten sein wird. Das Spiel wird am Mittwoch um 19 Uhr angefiffen. Das waren die aktuellen Handball-Transfer-News auf Handball-Puls. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Folgt Handball-Puls auch auf allen weiteren Social-Media-Kanälen für noch mehr Handball-News.